jo leute und damit willkommen zurück zu kaiser mario mit dem flash mit centus der gerade einfach ein missgeschickt hatte das war kein missgeschickt ich habe einfach nochmal kurz getestet und habe es geschafft rüber zu kommen aber ich glaube jetzt schaffe ich das nicht mehr nein das hoffen wir meine hatte gerade einen ruckler am anfang ich müsste glaube ich mein pc nach zwei wochen mal neu starten glaube ich wäre mal sinnvoll glaube ich auch ich schaffe das jetzt echt nicht so gut so dass du es nicht schaffst haben die leute mehr was zu lachen vor allem ohne aufnahme schaffe ich den scheiß beim zweiten mal nur durchs testen und jetzt ja ist doch nicht schlimm mensch sind das doch kennen wir doch so ach komm ich glaube das ist gut dass wir immer so eine riesen pause dazwischen machen dann kann man sich beruhigen bei diesem spiel ich glaube auch nö jetzt kommt dieses scheiß jetzt wird das bild immer schneller hey jetzt hat er mich kurz berührt die sau kann mir das jemand sagen wie man da jetzt hochkommen soll nö frag dich das doch selber ah kacke ich darf ja nicht so hoch springen da 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 geil wie geil ist das denn man kann der zwischen der angel dazwischen gehen ja ich weiß darf nur ihn und die fakt die flamme nicht berühren ja das sagt man nicht was war denn noch mal ein ende war dann rohr ja ok es gibt eine möglichkeit ein stück zurück zu spulen ein stück zurück zu spulen ich habe keine ahnung wie das geht ok und willst du denn stück zurück spulen weil ich scheiße gezählt habe ja und pech pech muss nochmal neu machen ich dachte du hast du nicht mehr als einmal gespeichert nein habe ich nicht was denn da los bei dir also habe ich das jetzt geschafft habe mal das vielleicht hast du doch 10.000 mal ja mache ich auch aber habe ich auch so eine weise mal nicht gemacht ah der fisch die sau die hat mich ja gepackt deswegen heißt das nochmal rüber versuchen drüber zu springen ah jetzt habe ich zu wenig hmm nom nom flash beherrsch dich doch mal nein boah ich habe den ein in dicker dicker äh deku acht ne boah ich habe das so genießt ne alter ich wollte schon mein headset wegwerfen aha so fuff ich dachte so egal ja und das während die aufnahmen an war mit klauen ne ja klar weil er mit ne aufnahme war im bosskampf der ne halbe stunde gedauert hat jo ne halbe stunde und das war erst nur der zwischenboss ja der hat zwei stufen danach kommt noch mal ganz am ende kommt er noch mal jetzt habe ich einmal durchgezählt ah du alter pissding kannst du nicht verschwinden ich hatte bei Stefan gesehen er ist klein rüber gegangen und dann hat er die aufnahme erstmal beendet ah fuck jetzt bin ich direkt unter den stein gegangen na komm wir schließ da haben wir ganz beruhsam und bedacht schaffen wir das schon irgendwann dieses level ah jau hätt ich unten bleiben können wie sollst du das so schaffen mit viel ruhe und gemütlichkeit na 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 was schaffst du nicht ich glaube ich werde noch mal kurz mal an uns ausprobieren ich glaube nicht dass das so klappt schon ein bisschen weiter nein ich habe keine sounds ist aber nix neues ist aber auch normal wenn man das ist immer kann passieren dass von diesem schnellen laden und seven immer kommt aber das ist nur bei kaiser mario hier habe ich kann ich nicht aufgedacht wie das funktionieren muss eigentlich so okay so wenig fisch haben wir nur das ist sogar mit der delphine du kannst sicher zwischen dem ersten und den zweiten kannst du dich einfach zwischenstellen die erhalten die immer oben ich finde das zu geil der sprungte einfach nicht rüber kriter siemen oder was an ihr das war das der dritte und der das gar nicht man kann zwischen den beiden delphine mal links und nachher springen ganze bleibst oben der kugelmann der kommt nicht so weit hoch der zweite und dritte nachher so ein fisch verschwindet einfach des kaffee verschwunden die da aber somit alleine verschwinden ich bin einfach mit in der luft die da ne doch ich bin bestimmt mit der damit rum gespielt na sicher verschwinden die fische nachher sie so sick haben kein fisch mehr ich würde lieber drei kreis sägen hintereinander nehmen als diese aktion hier mit dem fisch gerade ja schön nur dass ich da schon lange war und hier jetzt nicht weiterkommen wo man denn darüber kommt gar nicht gelässt nicht los ja genau ich bin gesprungen ich bin immer zu hoch ja nix sag einfach du schaffst es nicht okay das ist das schön das beruhigt mich aber ich schaff es gerade auch nicht ich habe schon weißt du noch nicht mal diesen springt eingesetzt dass du höher springst nein ich dachte er kommt genau unter den blümchen ich bringe immer wieder in die lage oh oh willst du mich verarschen? ja nö doch du bist eine dreck sau du kleiner peniskopf na mein peniskopf ist gewaschen er ist jetzt flauschig Bis zum nächsten Mal.